Viele Patienten kommen zu uns mit dem Wunsch, ein natürliches Aussehen zu haben und nicht grimmig oder böse schauen zu müssen. Und auch diese Patientin kennt die Behandlung, die wir durchführen. Und ihr primärer Wunsch war, als sie in der Sprechstunde gegenüber uns saß, dass sie ein natürliches Ergebnis haben möchte, aber die Falten auch zugleich loswerden möchte, aber die Mimik auch behalten möchte. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, aber ich denke mit der richtigen Dosierung und mit der richtigen Indikation sowie mit der richtigen Durchführung der Behandlung kann man so ein Ergebnis schön erreichen. Und auch dieses Mal haben wir es, denke ich, geschafft.